so moin leute es sind jetzt schon 32 grad und es ist halb elf auf einem sonntag und ich will euch heute mal mitnehmen in meiner täglichen pool routine wie ich in wenigen minuten mein pool fit mache und das schauen wir uns jetzt gleich mal an schön kalt ist hat 20 grad weil er schön im schatten steht ja wenn ich das video gefällt oder auch meine anderen videos lassen daumen nach oben und abonniert den kanal das würde mich sehr freuen und ich würde sagen wir starten einmal jetzt so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.